Moin Moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zum Special der Dokumentation das Hobby Spaßfabrik. Wie ihr vermutlich unschwer hören könnt, spricht dieses Mal nicht Markus zu euch. Mein Name ist Andi und ich war Teil der mittlerweile schon zwei Jahre alten Dokumentation über das wohl schönste Hobby der Welt. Zwei Jahre schon? Puh, da wird es doch mal langsam Zeit für eine Fortsetzung. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass endlich mal der Ersteller selbst vor die Kamera kommt und erzählt, wie er denn eigentlich zu seiner Leidenschaft für Freizeitparks und Achterbahnen gekommen ist. Falls ihr die Doku noch nicht gesehen habt, checkt diese auf jeden Fall mal aus. Link findet ihr in der Videobeschreibung oder oben rechts in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, geht's ohne große Umschweife los. Viel Spaß! Ja, ich heiße Markus. Ich bin seit, ich würde fast behaupten, über 20 Jahren Fan. Und ich bin Mediengestalter Bild und Ton. Das heißt, ich mache Videos. Boah, der erste Kontakt mit Freizeitparks oder Achterbahnen. So genau kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen, weil wir früher halt mit der Familie dann immer in Freizeitparks unterwegs waren. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass meine Mutter im Kaisers Tengelmann Club war. Und damit waren wir tatsächlich mal im Europapark. Da gab es noch das Milka-Land, hieß es, glaube ich. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es gibt auch noch ein Foto von mir mit der Euromaus. Ja, und ansonsten ist man halt im Jahr immer mal wieder in Freizeitparks gefahren. Phantasialand, Bobianland, Moviepark. Das erste Mal, wo ich aber wirklich was gefahren bin, war dann, glaube ich, im Bobianland. Boah, das weiß ich gar nicht mehr genau, ob der Europapark mein erster Park war. Ich glaube, vorher waren wir noch im Phantasialand oder im Panoramapark. Da waren wir früher auch ganz oft. Was gab es denn noch? Efteling. Ich glaube tatsächlich, also entweder müsste es Phantasialand oder Efteling sein. Meine erste Achterbahn war tatsächlich der Looping-Star im Bobianland. Die alte Schwarzkopf-Achterbahn, waren die da mal stand. Das war nämlich früher bei uns irgendwie so, ich weiß gar nicht, warum. Wir sind in Freizeitparks gefahren und dann hat die Familie gesagt, so wir machen eine Runde und dann fahren wir wieder. Und im Bobianland ist ja alles einmal um den See rum. Und dann hieß es halt, ja nee, wir kommen hier heute nicht mehr vorbei. Und dann habe ich halt direkt Panik bekommen. So wir waren halt mit guten Freunden dann da. Ich glaube, ich war sieben oder so was. Sechs oder sieben. Und dann hieß es halt so, ja, entweder fahren wir jetzt oder halt gar nicht mehr. Und ein Kumpel und ich, wir wollten halt unbedingt, wir haben auch gesagt, wir fahren zusammen. In der Station haben wir uns dann beide doch für unsere Mütter entschieden. Ja, aber das war tatsächlich meine allererste Achterbahn. Wenn schon, denn schon, würde ich mal sagen. Ich bin vorher, vorher bin ich tatsächlich Dark Rides gefahren. Also da gab es auf jeden Fall einige Wasserbahnen und so was, aber halt keine Achterbahnen. Und dann, ja. Ja. Ja, gut, ich war oder bin schon seit Ewigkeiten Videospielen-Nerd. Ich habe da super früh mit angefangen mit dem Super Nintendo und so was. Und dann kam es natürlich, wenn man sich für das Thema interessiert, guckt man halt, was gibt es für Videospiele mit Freizeitparks. So früher hatten wir zu Hause Theme Park Manager. Das hat mein Bruder gespielt und ich habe mal ab und zu zugeguckt. Ich habe es halt noch nicht so ganz verstanden, was ich da machen muss. Habe halt ab und zu mal eine Achterbahn oder eine Wasserbahn gebaut. Aber das war es dann eigentlich. Und dann kam halt irgendwann oder kam ich irgendwann auf Rollercoaster Tycoon. Ja, und dann war es eigentlich geschehen. So Rollercoaster Tycoon 1 war natürlich so Kampagne durchspielen, mal so ein bisschen rantasten und so was. Bei Rollercoaster Tycoon 2 wurde das Ganze dann, ja, exorbitant krasser, würde ich mal behaupten. Ich habe dann auch eine Internetseite gefunden, rctworld.de. Da konnte man seine eigenen Kreationen dann auch hochladen und auch von anderen, die runterladen und bewerten und so was. Und dann gab es halt irgendwann diese Zusatzobjekte. Bei Rollercoaster Tycoon 2 hatte man die Sandbox. Das heißt, man konnte einfach frei bauen, wie man wollte. Dann gab es diverse Hacking-Tools, um die Grenzen des Spiels zu umgehen. Also halt auch Abschlussachterbahnen als B&M Floorless Coaster zum Beispiel zu bauen oder andere Züge auf andere Achterbahntypen zu setzen und so was. Und dann ist das halt auch so weit gegangen, dass ich in einer amerikanischen Community war und auch Wettbewerbe mitgebaut habe und so was. Ja, also Rollercoaster Tycoon 2, da hatte ich garantiert irgendwelche Spielstunden im mittleren vierstelligen Bereich letztendens. Also da habe ich wirklich extrem viel gemacht. So nach der Schule nach Hause gekommen, an den Rechner gesetzt, sechs Stunden Rollercoaster Tycoon 2 gebaut. So ungefähr drei Attraktionen wahrscheinlich. Schlafen gegangen, zur Schule gegangen, wieder nach Hause gekommen, Rollercoaster Tycoon 2 gespielt. So, das war wirklich ziemlich, ziemlich krass. Und es hält natürlich bis heute an. Es gab dann natürlich noch No Limits, Planet Coaster, Parkitect. Ja, ich glaube, den Punkt an sich kann man gar nicht so bestimmen. Das kam halt einfach mit der Zeit, weil da extrem viele Faktoren so ineinander einfach gegriffen haben. Das war halt einmal natürlich die Videospiele. Da habe ich mich natürlich dann bei echten Bahnen orientiert, was ich da so baue und habe dann immer mehr kennengelernt. Dann gab es im Internet Coasters & More zum Beispiel. Da gab es dann so richtig detaillierte Berichte zum Beispiel über Hulk. Die fand ich super interessant und deswegen hatte ich mich halt so mega gefreut auf meine erste Fahrt mal mit Hulk. Dann gab es halt bei uns in Gladbach den S-Club, den Sparkassen-Club. Da bist du dann quasi so für 30 bis 40 Euro nach damals noch Six Facts Holland und zurückgekommen oder halt in Heide Park oder Disneyland. Und dann kam das halt einfach mit dem Alter. Man hat mehr Parks besucht. Ich habe dann auch angefangen, eine Kamera mitzunehmen. Erst so eine kleine Digitalkamera, so groß ungefähr, die dann so zehn Sekunden Clips aufnehmen konnte und insgesamt sieben Minuten. Also konntest da echt nicht viel mitmachen. Und dann habe ich halt irgendwann mal einen Camcorder mir gewünscht und den bekommen. Dann ging es damit natürlich in die Parks. Und dann ist das halt irgendwie so ineinander gegriffen, immer weiter gewachsen. Also, keine Ahnung. Ich würde jetzt irgendwann sagen, zwischen 12 und 15 hat sich das irgendwie bei mir entschieden und gefestigt, dass Freizeitparks jetzt meine Leidenschaft sind. Natürlich, ich meine, heutzutage sitzt du da so schön mit deiner kleinen GoPro und machst deine Videos. Aber damals hat sie halt, also bei mir war es ein Mini-DV-Camcorder schon, weil vorher nur diese Mini-Kameras, aber mit denen brauchst du keine Onrides machen, weil zehn Sekunden, da musst du wieder drücken. Das ist ja Quatsch. Aber mit dem Camcorder, dann saßt du halt bei Boosterbike, bei Colorado irgendwie so in der Reihe und hast so versucht zu filmen. Bildstabilisierung gab es auch nicht. Also, das war schon sehr, sehr abenteuerlich. Oder auch Goliath in Six-Fax-Holland. Jetzt Wallaby-Holland, aber das war auch eine Erfahrung, da mit dem Camcorder so drin zu sitzen. Warum Freizeitparks? Warum Freizeitparks? Das ist eine echt gute Frage. Früher war das halt, also ich war immer schon irgendwie so ein Abenteuer, also klingt jetzt irgendwie doof, wenn man das sagt, aber so ein abenteuerlustiger Typ. Und war immer der Erste, der irgendwo auf dem Baum war, der irgendwo an der Schaukel war, egal wo wir in einem Tierpark oder in einem Park waren. Wenn es irgendwas zu fahren gibt, war ich immer der Erste, der irgendwie da war. Als man dann gemerkt hat, was Achterbahnen so mit einem machen, war das natürlich ein Gefühl, was ich immer wieder und immer wieder haben wollte. Und mit der Zeit kam halt irgendwann, wie sagt man das am besten, so ein bisschen Verständnis für die Materie mit dabei. Also es ist natürlich einmal die Faszination einfach, was technisch möglich ist, was man so bauen kann heutzutage, was Achterbahnen mit dem Körper so anstellen können, ohne dass was passiert quasi. Dass man Themenwelten aus dem Nichts erschaffen kann. Also das ist halt dieser typische Eskapismus-Gedanke. Aber irgendwie stimmt es ja auch, ich bin halt Nerd, ich liebe Filme, ich liebe Spiele, ich liebe Bücher. Warum soll ich dann nicht auch in Freizeitparks gehen und die Welten am eigenen Körper quasi erleben? So und das sind alles so Sachen, die halt zusammengreifen und dann natürlich noch jetzt heutzutage, wie sieht es Backstage aus, die Infrastruktur von Parks, wie sind die Operations, wie baut man was, warum baut man was, warum hat man sich für den Achterbahntyp entschieden und sowas. Das ist halt irgendwann so alles zusammengekommen und irgendwie in die Höhe geschossen und ja. Ja, bei Parks kommt es immer auf das Gesamtpaket irgendwie an, was aber tatsächlich, was ich mit der Zeit gemerkt habe, worauf ich echt extrem viel Wert lege, sind schöne Grünanlagen. Weil schöne Grünanlagen machen, auch wenn der Park überhaupt nicht thematisiert ist oder sowas, die Besucher bemerken die nicht sofort, aber unterbewusst wissen die, ey, das war richtig schön, schön angelegt einfach. Und das ist, also das ist sehr, sehr viel wert, finde ich, wenn ein Park einfach schön gepflegt ist. Also es wird mega unterschätzt. Ich finde halt, die besten Beispiele, so jetzt aus der jüngsten Vergangenheit würde ich einfach mal Sixfax America nehmen gegen Carowinds. Also Sixfax America ist halt so gefühlt nichts an Grünanlagen beziehungsweise kein besonderer Wert draufgelegt. Und dann kommst du nach Carowinds und dann sind da einfach angelegte Beete mit Pflanzen in verschiedenen Farben und alles ist irgendwie grün. Es gibt keine Beton- oder Sandflächen oder sowas. Und das gibt dir halt direkt so ein anderes Gefühl, wenn du in einem Park bist. Also Prioritäten bei einem Parkbesuch, da ich das so lange mache, wegen der Achterbahn sind es natürlich auch die Achterbahnen. Wenn ich in den Park gehe, erst jede Achterbahn fahren, ganz klar. Ich merke ja relativ früh schon, ob es voll wird in einem Park oder nicht. Und dann entscheide ich halt schon, filme ich von Anfang an oder filme ich erst später. Wenn es voll ist, ist natürlich glasklar Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn. Dann guckt man sich um, was gibt es für Darkrides. Dann macht man die. Was gibt es vielleicht für außergewöhnliche Flatrides, die man noch nicht so oft gefahren ist. Was gibt es vielleicht für eine coole Show oder sowas. Und dann wird gefilmt oder wenn es halt relativ leer ist, dann wird halt zwischendurch immer wieder gefilmt. Aber die Priorität an sich ist Achterbahn, Darkrides, Shows. Ja genau, wenn man einen Park das erste Mal besucht, ist sowieso, ich counte ja. Also erstmal quasi durchcounten. Dann bin ich schon mal mit mir zufrieden, so ungefähr, so doof das klingt. Dann werden Themenfahrten gemacht, da bin ich noch zufriedener. Und wenn ich es schaffe, dazwischen zu filmen, dann bin ich super zufrieden. Und wenn man dann auch Zeit hat, ein Flatride zu fahren oder sogar eine Show zu gucken, dann bestens. Freizeitparks besuchen tue ich eigentlich in allen möglichen Formen. Also in letzter Zeit war ich auch bei einigen Parks alleine, weil dann halt unter der Woche wenig los ist. Und ich dann extrem viel Zeit zum Filmen habe. Gerade in Parks, wo ich schon mal war, kann ich mir dann einfach die Zeit nehmen. Sehr gerne ist natürlich dann zu zweit oder zu viert in den Park fahren, weil was gibt es Besseres als am Wochenende oder so? Einfach mal ein paar Parks besuchen mit anderen Leuten, mit denen man sich auch unterhalten kann. Mit denen man dann auch außerhalb der Parks coole Sachen machen kann, wie irgendwie schön essen gehen in eine Craft Beer Bar oder sowas. Aber auch große Touren würde ich jetzt nicht verachten, weil da hat man immer extrem viel geiles Zusatzprogramm. Gerade wenn man zum Beispiel mit Fun-Tours unterwegs ist. Mit denen war ich jetzt halt über onride.de einige Male schon unterwegs. Und gerade dann hat man so viele Rahmenprogramme, muss sich um nichts kümmern. Man setzt sich einfach in den Bus, fährt irgendwo hin. Man weiß manchmal nicht mal, in welchem Park man fährt. Aber das ist schon ziemlich geil. Also alle möglichen Formen. So, da gibt es auch keine richtige Priorität. Schönste oder prägnanteste Moment in Freizeitparks? Da gibt es da tatsächlich so ein paar. Einmal Lightning Rod. Da waren wir auch auf einer Tour in Texas. Ich glaube, das war 2017, glaube ich, mit onride. Und da waren wir dann in Dollywood, was ja an sich schon ein extrem schöner Park ist. Lightning Rod hatte zu der Zeit zu. So, weil die immer wieder Probleme mit dem Launch-System hatten. Und dann kamen wir da an und dann haben die uns gesagt, ja, kommt mal mit. Dann gehen wir halt zu Lightning Rod und wir denken uns alle schon so, oh cool, dann können wir ja gleich fahren. Nee, da hampelten überall im Gebälk noch Arbeiter rum, die Sachen festgezogen haben und sowas. Und man hat uns einfach nur alles gezeigt. Und dann hieß es halt irgendwann, ja, ja, kommt um 13.30 Uhr nochmal wieder. Und wir so, ja, was wollen wir uns da noch zeigen? Die arbeiten ja jetzt alle da dran. Dann sind wir um 13.30 Uhr da hingekommen. Und dann war die Bahn eine Stunde für uns geöffnet. Und danach hat die wieder zugemacht. Und das war einfach total surreal, diese Bahn fahren zu können. Halt in der alten Form, mit Holzschienen komplett. Riesigem Waldgelände hinten. Und ich habe mit einem Kollegen auch gefragt, der halt Fotos gemacht hat, morgens schon. So, ja, könnten wir vielleicht auch hinten hin, wenn die Bahn fährt? So, ja, ja, ist kein Problem. Und dann habe ich halt freiwillig auf zwei, drei Fahrten verzichtet. Bin einmal um den Berg rumgelaufen, damit man halt die Strecke sehen kann. Und habe da ein bisschen gefilmt. Und das sind so Aufnahmen, die, glaube ich, auch kaum ein anderer irgendwie bekommen hat. Weil mittlerweile ist der Wald auch weg und so. Also das war auf jeden Fall ein richtig krasser Moment. Was auch extremst krass für mich war, war 2018 in Orlando der erste Besuch Islands of Adventure. Weil das ein Park war, der mich schon von klein an echt interessiert hat. Da ist Hulk die Bahn, weswegen ich so gesehen Achterbahn-Fan oder Freizeitpark-Fan geworden bin. Ich bin Nerd, da gibt es Spider-Man, da gibt es Jurassic Park, da gibt es Harry Potter, da gibt es Kong. Da geht quasi mein Herz auf. Und da die Main Street mal lang zu laufen, bis zur Lagune, dann vor Hulk zu stehen, das war schon, das war schon krass. Ja, Islands of Adventure. Weil ich halt einfach kompletter Nerd bin. Und seitdem ich da war, haben sie Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure gebaut. Und den Velocicoaster, also zwei wahrscheinlich sehr geile Attraktionen, die den Park einfach nochmal besser machen. Und bis jetzt ist Spider-Man mein absoluter Lieblings-Dark Ride, weil ich halt auch Spider-Man-Fan seit klein auf bin. Und das ist einfach mega, mega geil. Und ansonsten würde ich sagen, Dollywood und Silver Dollar City so auf einer Stufe. Weil dieser Country-Flair, die Lage in dem Gelände, die Bahnen, die da stehen, das ist halt alles so ein gesamtheitliches Ding, wo die Atmosphäre einfach so wunderschön ist und was einfach nur geil ist. Eine Lieblingsachterbahn ist seit 2019, seit der ersten Fahrt, Steel Vengeance in Cedar Point. Das Ding hat mich einfach ziemlich umgehauen. So Maverick war schon krass, Millennium Force war schon geil, aber Steel Vengeance, ich weiß gar nicht mehr, wie viele RMCs ich vorher gefahren bin. Auf jeden Fall so ein paar zumindest. Aber Steel Vengeance war einfach anders. Steel Vengeance war einfach doppelt oder dreifach so lang wie andere RMCs und hat mit Airtime einfach um sich geworfen. Das war einfach richtig krass. Und das dann natürlich an einem Tag mit 22 Uhr Eröffnung oder 23 Uhr Eröffnung war es sogar, wo du dann abends, also am ersten, wir waren halt zwei Tage da, am ersten Tag natürlich den Fastpass geholt. Und dann fährst du halt deine 15 Mal Steel Vengeance am Tag. Und das abends so mit der Skyline von Cedar Point und dann so eine Bahn ist schon einfach krass. Und bis jetzt ist da auch nichts mehr dran gekommen irgendwie. Boah, Lieblings-Flatride, boah, das ist schwierig, sich da festzulegen auf den Eilen, einen Geilen. Also was ich immer wieder extrem gerne fahre, ist Tarlokan im Phantasialand, weil der einfach extrem gut aussieht, eine extrem coole Show bietet, wenn alles funktioniert. Und mittlerweile die Fahrt halt auch echt intensiv geworden ist durch neue Antriebe. Ansonsten würde ich, glaube ich, ein paar Flatrides aus Legendia nehmen, die mal da standen, aber nicht mehr da sind. Wie Dragon Riders hieß das Ding. Ich habe auch nie rausgefunden, von welchem Hersteller das genau ist, ob das ein Unikat ist oder nicht. Das war auf jeden Fall wie so ein Lunaloop-Karussell, also mehrere Lunaloops so im Kreis, aber auf einer Strecke von so einem Musikexpress. Und dann hat der halt angefangen und innerhalb von drei Sekunden hast du halt angefangen, dich so zu überschlagen. Und das ging halt zwei Minuten in die eine Richtung und dann zwei Minuten in die andere Richtung. Und wir sind halt da rausgekommen, ich war halt mit einem Kollegen da. Das ist doch Astronautentraining. Das ist einfach viel zu krank, was die da machen. Ja, bei Flatrides darfst du gerne die Gehschleuder auspacken. Da muss es mich in Sitzpressen durch die Gegend schmeißen, wie auch immer. Das kann sich auch nicht schnell genug drehen. Also bei Flatrides mache ich, ich vertrage zum Glück alles, deswegen mache ich auch einfach alles. Und je schneller es sich dreht, je abwechslungsreicher dadurch dann die Fahrt ist, desto besser. Ecstasy im Wiener Prater ist zum Beispiel noch so ein perfektes Beispiel für einen geilen Flatride. Wie würde ich das Hobby anderen Leuten erklären? Ich fahre durch die Weltgeschichte, fahre durch kleinste Dörfer und besuche Freizeitparks. Egal welche Größe, so weiß ich nicht, durch das Counten kommt man halt eh überall hin. Also da ist es dann natürlich schwieriger, Leuten zu erklären, ja ich fahre da in kleine Familienparks, die haben halt eine Kinderachterbahn. So das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber generell ist es halt, ich fahre durch die Welt, ich sehe mega viel von der Welt. Ich war, keine Ahnung wie viele Länder schon, sehe Städte auch manchmal einen Tag lang oder nur im Vorbeifahren. Aber man kriegt halt einen extrem guten Eindruck von allem und man ist nicht nur an diesen typischen Touri-Sachen. Ich fahre halt durch die Welt, habe Spaß, bin mit coolen Leuten in Freizeitparks unterwegs, wo die Leute im Normalfall auch alle Spaß haben. Also was gibt es Besseres? Ja, die Doku des Hobby Spaßfabrik wird halt jetzt zwei und keine Ahnung, wie bin ich darauf gekommen? Ich bin halt gelernter Mediengestalter Bild und Ton. Das heißt, ich habe auch so einen gewissen Anspruch an mich selber und ab und zu nehme ich mir halt selber vor, mal aufwendigere Projekte zu machen. Und dann habe ich halt überlegt, so was könnte man machen, was könnte man machen und habe so eine Doku. Eine Doku über das Hobby, ich meine es gibt bei Kabel 1 und Galileo und so weiter, N24 immer wieder Dokumentationen, Reportagen über das Hobby. Die sind aber alle immer so ziemlich larifari, also ziemlich viel Quatsch dabei. Die Akteure kennt auch fast nie irgendjemand und viel Ahnung, also so eingebildet, das vielleicht klingt, aber so viel Ahnung scheinen die halt nie zu haben. Und dann habe ich mir halt gedacht, so wie wäre es denn, wenn ich quasi sowas mache mit Leuten aus der Szene, die schon lange dabei sind oder auch neu relativ frisch dabei sind, aber halt ein bisschen mehr Plan von dem Ganzen haben. Nicht nur das, oh ich fahre in Freitagpark gehen, sondern halt einfach so das große Ganze sehen, ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen auch haben vielleicht. Und da dann einfach eine Doku zu machen, die den Leuten zeigt, so ey, das ist das Hobby, darum machen wir das. So und da habe ich mir dann halt gedacht, so yo, ist ein geiler Plan, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe mir halt fünf Leute rausgesucht, mit denen ich das machen kann, habe die gefragt, yo, wie sieht es aus, hast du Zeit dafür, hättest du Bock drauf, bin hingefahren, Interview geführt, zu den nächsten Gefahren, Interview geführt und so weiter. Keine Ahnung, ich glaube zwei Wochen gefühlt geschnitten, das Ganze, ja, dann rausgehauen und jetzt ist das Ding zwei Jahre alt. Ich glaube für meinen Kanal war das definitiv das aufwendigste Projekt, allein auch mit dem ganzen Material, was da drin steckt, das ist ja alles aus, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren, die ich so gefilmt habe, plus Material der einzelnen Leute und so weiter. Also war schon ein großes Projekt, würde ich aber glaube ich auch gern nochmal so machen, wenn auch vielleicht dann mit einem anderen Thema oder sowas, aber ich bin da offen. Wenn ihr die Doku noch nicht kennt, dann guckt einfach hier bei mir auf den Kopf, wahrscheinlich oder über mir, da könnt ihr draufklicken oder in der Videobeschreibung. Ja, ich würde einfach mal behaupten, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Unterstützen, vielen Dank für das Anklicken, Liken, Kommentieren meiner ganzen Videos. Ich hoffe, das kleine Special hat euch gefallen. Viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt weiterhin, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.